Und im Namen der DGPH darf ich sicher sagen, noch einmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Danke Barberini, danke Potsdam, danke Brandenburg. Warum Brandenburg? Ohne Brandenburg geht es natürlich nicht, in der Geschichte nicht und vor allen Dingen speziell in der Fotografie. Denn ohne einen bestimmten brandenburgischen Bürger würde ein bedeutendes Stück Technik in der Fotografie fehlen. 1879 wurde im Dorf Lünow im Landkreis Teltow-Fleming Oskar Barnack geboren. Der Mann, der für die Firma Leitz-Kamera, abgekürzt Leica, vielleicht manchem bekannt, nichts weniger tun sollte, als die 35mm-Kamera zu erfinden. Was wäre die Welt ohne diese Erfindung? Von daher danke Herr Barnack, danke Leica, die übrigens noch eine wichtige Rolle spielen wird beim Dr. Erich Salomon-Preis heute Abend. Und danke Brandenburg. Und in diesem Sinne darf ich den Staatssekretär für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg begrüßen, Herrn Tobias Düno. Als ich heute Morgen meinen Urlaubsort an der Ostseeküste verlassen habe, meine Kleinfamilie zurückgelassen habe, um rechtzeitig an diesem Abend hier bei Ihnen zu sein. Das war noch nicht die Pointe, aber ich finde, das ist ein angemessener Applaus. Da hat mir die Deutsche Bahn noch ein paar zusätzliche Minuten im ICE geschenkt, in denen ich mich auf die heutige Veranstaltung vorbereiten konnte. Und da ist es mir siedenheiß eingefallen, dass das Ganze hier als Gala eingeladen worden oder als Gala apostrophiert worden ist. Und zu einer Gala trägt man normalerweise ja Frack oder sonst irgendwie sowas. Und ich dachte mir, verdammt nochmal, Deutsche Gesellschaft für Fotografie, da stelle ich mir jedenfalls die männlichen Mitglieder normalerweise eher nicht im Frack, sondern im schwarzen Rollkragenpullover vor. Ich verfüge aber weder über einen Frack noch über einen Rollkragenpullover. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann nehme ich sozusagen als Mittelding zwischen beiden, ziehe ich mir so eine Krawatte an. Also ich bitte Sie zu entschuldigen, wenn es unpassend ist, es war einfach den Umständen geschuldet. Ganz kurz, das zu machen, was eigentlich ja so in der Regel das Wesen eines Grußwortes sein sollte, nämlich Danke zu sagen. Und den Dank kann ich jetzt nur an die Deutsche Gesellschaft für Fotografie richten. Die Preisträger kenne ich offiziell noch gar nicht, die Preisträgerin. Die DGPH, das war mir vorher gar nicht klar. Erst als ich sozusagen den Namen Urgang mit Komma DGPH gesehen habe, war mir klar, dass es sozusagen nach der Societas Jesu die zweite weltumspannende Organisation ist, die so wichtig ist und so auf die Persönlichkeit ihrer Mitglieder ausstrahlt, dass man das sozusagen zum Namensbestandteil macht. Fand ich auch beeindruckend. Aber eigentlich wollte ich Ihnen Danke sagen aus ein paar ganz wahnsinnig banalen Gründen. Ich wollte Ihnen Danke sagen, weil Sie und Ihre Mitglieder es schaffen, in einer Zeit, wo wir alle schier ersticken, in einem Meer von Bildern, immer wieder von neuen Bildern Bilder zu schaffen, die Bedeutung transportieren oder Bedeutung schaffen. Dafür vielen Dank. Und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie es schaffen, als Mitglieder uns als Gesellschaft mit dieser Flut von Bildern nicht alleine zu lassen, sondern dass Sie auch die Reflexion über Bilder, die Frage beispielsweise, wie man mit Bildern die Wahrheit sagt oder wie man mit Bildern halt auch lügt, sozusagen zum Gegenstand ihrer Arbeit gemacht haben und machen. Und ich wollte Ihnen auch dafür danken, dass Sie sich der Frage widmen, was eigentlich künstliche Intelligenz sozusagen mit unserem Bild von der Welt macht und damit auch mit der Welt und wie sich das alles irgendwie verändern wird. Und ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie sich neben diesen großen Fragen auch den vermeintlich kleinen Fragen widmen, wie beispielsweise den, wovon eigentlich Fotokünstler oder Bildjournalistinnen in Zukunft eigentlich leben sollten. Eine Frage, von der ich glaube, dass sie gut aufgehoben ist, natürlich bei der Deutschen Gesellschaft für Fotografie, aber vielleicht auch die Deutsche Gesellschaft ohne Fotografie sich noch intensiver mit dieser Frage beschäftigen sollte. Und zu guter Letzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken, weil Sie mit aller Begeisterung für und Kompetenz im Bereich der Fotografie, wenn ich das richtig gesehen habe, versuchen jedenfalls nie zu vergessen, dass es toll ist, Fotos zu haben und zu machen und sich um Fotos zu kümmern, aber dass es irgendwie auch immer um Menschen geht und auch dafür ganz herzlichen Dank. Ja, also nochmal formvoll endet. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wenn auch nicht in meinem Museum, sozusagen im Namen der brandenburgischen Landesregierung. Ich hoffe, Sie haben einen tollen Abend hier. Ich hoffe auch, Sie lassen es richtig krachen. Allerdings nicht so, dass Sie am nächsten Tag vergessen haben, wie schön es in Brandenburg ist. Und ich hoffe auch, dass Sie möglichst häufig wiederkommen. Vielen Dank. Wir wollen natürlich noch mehr wissen. Wir wollen heute Abend alles wissen, wie die Preise der DGPH verliehen werden. Und dieses Wissen, wissen zwei Menschen ganz genau. Die Doppelspitze des geschäftsführenden Vorstandes der DGPH, Michael Bidovic und Dr. Martina Mettner. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier im Museum Barberini unsere erste Fotogala feiern und danken für die Gastfreundschaft. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße unser Ehrenmitglied, Gerhard Kosshofer. Den habe ich gesehen, dass er heute hier ist. Und ich begrüße alle Preisträger. Und ich begrüße alle Preisträger, die wir bisher schnacken und die heute da sind. Und natürlich alle, die wir heute auszeichnen werden und die wir Ihnen erst gleich verraten. Ja, wir wollen es spannend machen. Genau. Und spannend finden Sie vielleicht aber auch die Frage, welche Preise verleiht eigentlich die DGPH, beziehungsweise sind das nicht eh schon viel zu viel? Also wir verleihen sieben Preise im Moment und vier davon heute Abend. Und ein Sektionspreis wird im kommenden Jahr noch dazukommen. Die Auszeichnungen signalisieren die Wertschätzung für unterschiedliche Aspekte der Fotografiekultur, die sich auch in der großen Tradition der DGPH wiederfinden. Und an der LED-Band sehen Sie Ausschnitte aus einem Buch, zeigt Preisträger der DGPH. Das Buch hat den Titel, die DGPH zwischen Wissenschaft und Kunst, herausgegeben von unserem verehrten Kollegen Manfred Heiting. Und übrigens der Preis von der Sektion Kunst, Markt und Recht, der jetzt im nächsten Jahr verliehen wird, hat den Titel Emerging Photographer Award. Sie wissen ja alle, dass wir Sektionen haben in der DGPH, die sich mit spezifischen Fachthemen befassen. Und bei den Preisen der Sektionen entscheidet in der Regel eine Jury über die Vergabe des Preises. Und unsere Hauptpreise sind der Dr. Erich-Salomon-Preis und der Kulturpreis. Und das sind die beiden Preise, die wir vom Vorstand vergeben. Und zwar werden alle Mitglieder der DGPH, Sie sind abgelenkt, ich merke das schon, werden alle Mitglieder der DGPH, also viele von Ihnen sind ja hier aufgefordert, Vorschläge einzureichen. Also Sie haben da die Möglichkeit mitzubestimmen natürlich. Und dann haben wir eine Liste vorliegen, für jeden Preis separat, selbstverständlich. Und dann werden die Namen durchgegangen und diskutiert. Und die, die am meisten Zustimmung bekommen, da gibt es dann ein besonderes Prozedere, das Michael jetzt noch mal kurz erklärt. Also je ein Vorstandsmitglied bereitet sich auf diese Sitzung vor mit einem detaillierten Präsentationsvortrag. Darüber wird dann mehr oder weniger lange und heftig diskutiert. Und irgendwann gibt es eine Abstimmung und dann steht fest, wer mit dem Kulturpreis und wer mit dem Dr. Erich Salomon-Preis ausgezeichnet werden wird. Genau. Und das halten wir geheim, jetzt neuerdings jedenfalls, so gut es geht. Das Besondere an der DGPH, für alle, die noch neu in der DGPH sind oder als Gäste auch hier sind, ist ja, dass wir nicht nur Fotografen auszeichnen, wie viele andere Verbände in diesem Bereich, sondern die Fotokultur in ihrem kompletten Spektrum, inklusive Wissenschaft, Medizin, Technik, aber eben auch Bildung. Ein ganz wichtiger Aspekt. Sie werden das wissen, Herr Molinatsch hat in den 20er Jahren damals gesagt, dass der Fotografie-unkundige der Analphabet der Zukunft sein wird. Wir sind jetzt wieder in den 20er Jahren, es drängen sich Parallelen auf. Und wir möchten auch ganz besonders auf die Bedeutung der Bildung hinweisen und das tun wir jetzt als nächstes. Der zehnte Bildungspreis, den wir vergeben. Der Bildungspreis wurde 2013 gegründet und das ist die zehnte Ausgabe. Und wir haben vor einem Monat die Jury-Sitzung gehabt, wo wir über 35 Projekte gesichtet haben. Die Jury bestand aus meinen Vorstandskolleginnen Berti Kamms und Erol Gurian, die auch heute Abend hier sind, und Peter Fischer-Piel, einem Vertreter des letzten Preisträgers, dem Volkshochschul-Fotozentrum der Volkshochschule Berlin-Kreuzberg. Wir vier haben dann die PreisträgerInnen ausgewählt und eine Shortlist erstellt mit drei Nominierungen. Ja, es läuft jetzt durch. Genau, mit drei lobenden Erwähnungen, die jetzt erstmal gezeigt werden kurz. Das ist einmal Dezentralbild MigrantInnen in der DDR. Dann das Fototreff in Berlin. Und das Alfred-Krupp-Schülerlabor der Künste der Volkwang-Universität der Künste in Zusammenarbeit mit der Alfred-Krupp-von-Bohlen-und-Heilbach-Stiftung. Und Preisträger ist die Fotobus-Society. Ich darf die, ja, ich darf euch nach vorne bitten. Vielen Dank. Ich möchte jetzt gerne den Urkundentext verlesen und zum feierlichen Teil übergehen. Der Bildungspreis 2023 der Deutschen Gesellschaft für Fotografie wird vergeben an die Fotobus-Society. Mit ihrem Bildungspreis zeichnet die Deutsche Gesellschaft für Fotografie die Fotobus-Society für deren seit 2018 praktizierte, einzigartige und innovative Bildungsarbeit von und mit Studierenden der Fotografie aus. Die Jury überzeugte besonders das hierarchiefreie, offene Konzept der Partizipation aller Mitglieder der Fotobus-Society. Mit ihren zahlreichen Aktivitäten in Form von Exkursionen, Workshops und Summercamps in Europa haben sie spannende Möglichkeiten und Erfahrungsräume für einen wertschätzenden interkulturellen Austausch geschaffen. Jenseits bekannter Konventionen steht das Von- und Miteinanderlernen in der Auseinandersetzung über Fotografie im horizonterweiternden Mittelpunkt der Projekte. Köln, 28. Oktober 2023, Deutsche Gesellschaft für Fotografie. Herzlichen Glückwunsch. Köln, 28. Oktober 2023, Deutsche Gesellschaft für Fotografie. Und so setzt sich das fort und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir jetzt direkt mit der Preisverleihung des DGPH-Wissenschaftspreises fortfahren können. So, wer in diesem Preis diesen Jahr, in diesem Jahr verdient hat, erfahren Sie vom Vorsitzenden der Sektion Wissenschaft, Medizin und Technik, Herrn Roy Hessing. Und er hat uns einen Film mitgebracht. Und er hat uns einen Film mitgebracht, um ein Arianne 5-Rocket aus dem Kourou-Space-Center in French Guyana. Der James Webb-Space Telescope war der James Webb-Space-Center in der Auseinandersetzung für wichtige Fragen in astrophysics, such as die Formation von Planeten und Exoplaneten, die ersten Galaxien in der Universität und ihre ersten Stars, als auch die Composition der Atmospheres von extra-Solar Planeten. During the journey, the deployment of the 6.6-metre primary mirror is a delicate and unique operation. Its huge five-layered sunshield, the size of a tennis court, allows the telescope to cool down to around 50 Kelvin. After a cruise of 30 days, Webb reaches its orbit around the L2 Lagrange point, 1,500,000 km away from the Earth. This is a stable and cold environment, which are the necessary conditions to observe infrared radiation with unprecedented sensitivity. Die Sektion Wissenschaft, Medizin und Technik freut sich, den Wissenschaftspreis 2023 an Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. Henning und Herrn Ehrenwinkler zu vergeben. Applaus 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 Der Wissenschaftspreis 2023 dient der großen Anerkennung der wissenschaftlichen Forschung neuer Entwicklungen im All und der Entwicklung neuer fotografischer Aufnahmetechniken auf höchstem Niveau. Vielen Dank. Ich möchte mich bedanken. Es ist eine Ehre für mich, hier zu stehen und diesem Preis entgegennehmen zu dürfen. Aber das tue ich natürlich, genau wahrscheinlich wie der Dr. Henning, im Namen vom Team. Meine Kolleginnen und Kollegen von der NASA, von der ESA und von Airbus haben alle zusammengearbeitet, um die Instrumente zu bauen und die Bilder, die sie gesehen haben, möglich zu machen. Vielen Dank für diesen Preis. Ich möchte mich kurz noch bei meiner Frau bedanken, weil ich war sehr lange, sehr häufig weg, um das zu realisieren oder mitzuhelfen zu realisieren. Und sie hat gesagt, du darfst hin, aber ich brauche ein Foto im Smoking von dir. Und ich denke mal, wenn wir in einer Gesellschaft von der Fotografie sind, dann glaube ich, kriege ich heute Abend ein Foto für meine Frau, damit sie ihn hat. Danke Ihnen. Vielleicht kriegen wir das Foto ja sogar beide, nicht? Also wir sind wahrscheinlich die einzigen beiden, die ein Smoking tragen und mit einem Black Tie gekommen sind. Der Dank geht auch an meine Frau. Ich sollte vielleicht ein Wort noch dazu sagen. Wir haben seit 2000, seit dem Jahr 2000, mit 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Ingenieuren an diesem Projekt gearbeitet. Das muss man sich vorstellen. Das ist so ein bisschen wie die Mondfahrt. Und die Bilder, die Sie jetzt sehen, die sind das Ergebnis davon. Und der Stadt, den Sie gesehen haben, war im Jahr 2021, kurz nach Weihnachten, am 26. Dezember, bin ich von der Weihnachtstafel aufgestanden und habe gesagt, ich muss jetzt den Start sehen. Und der Start ist von einer europäischen Rakete erfolgt und war perfekt. Charlie Casanova. Judith Dezember Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Deutschen Gesellschaft für Fotografie wird vergeben an Raphael Milach für die herausragende Verbindung von Aktivismus und Kunst mittels dokumentarfotografischer Arbeiten und publizistischer Aktivitäten Raphael Milach erforscht Themen wie Migration und Wandel insbesondere innerhalb des ehemaligen Sowjetblocks Sein Werk umfasst Fotografie, Konzeptkunst, Bücher, Video und Kuration Er ist Mitbegründer von Sputnik Photo und dem Archiv der öffentlichen Proteste einer Plattform für visuelle Dokumente der gesellschaftlichen Spannungen in seiner Heimat Polen Raphael Milach steht in der Nachfolge von Erich Salomon für die Transparenz politischer Prozesse mit fotografischen und publizistischen Mitteln Herzlichen Glückwunsch Applaus 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 Since our award winner doesn't speak any German I would like to read out the certificate in English as well The Dr. Erich Salomon Award, 2023 of the German Photographic Society is granted to Raphael Milach for his outstanding combination of activism and art through documentary photography and journalism Raphael Milach explores themes of migration and change particularly those occurring in the former Soviet bloc His work includes photography, conceptual art, newspapers, photo books, video and curatorship He is the co-founder of Sputnik Photo and the Archive of Public Proteste as a platform for visual documents of socio-political frictions in his homeland of Poland In the tradition of Erich Salomon, Raphael Milach stands for the transparency of political processes with photographic and journalistic means Cologne, October the 28th of 2023 Michael Widowitsch and Dr. Martina Mettner Applaus 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 That's a fair exchange On behalf of Leica Camera It's a great honor and privilege for us Leica Camera feels a very strong connection and commitment to this prize for important documentary work reportage work which you have done So it's an honor for us to award you with this Leica Q3 with your engraving and due to its compactness it could possibly hopefully be a future companion for your work All the best Thank you 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 It's a great honor and I'll try to make a good use of it I can promise I will not damage it during my photography work I'll try to use it though like it's like my name is here and but it wouldn't be here if not like a super super long list of people and communities that were supporting my work and I think and I think like this like the greatest thanks goes to should go to like the like several collectors that I'm part of but especially like the archive of public protests because without them I couldn't survive this you know dark times that Poland was in recent years and you know our recent win in our parliamentary election is just a start of a long way back to democracy and respecting human rights and I hope that we together with the collective we manage to contribute to this change this long process of change that is about to start actually and of course big thanks to my wife Tanya who is here who is an amazing designer and he is basically behind all my works so thank you Anja Grafau Miach is a preisträger aber es lohnt sich immer wieder auf die preisträger innen zu schauen die diesen Salomon-Preis schon erhalten haben auch die natürlich die ganzen anderen preisträger das können Sie gerne alles auch natürlich auf der Webseite der DGPH sehen wo Sie natürlich jeden zweiten Tag sowieso sind ich wollte es nur nochmal gesagt haben so beim Blick auf die Preisträger innen zeigt sich auch was es für eine Ehre ist von der DGPH ausgezeichnet zu werden in den verschiedenen Kategorien es ist aber auch eben eine Ehre für die deutsche Gesellschaft für Fotografie solche großartigen Fotografinnen und Bildschaffende zu ehren und das zeigt sich nun auch in dem heute 2023 zu vergeben Kulturpreis der Kulturpreis der deutschen Gesellschaft für Fotografie wurde am 2. Oktober 1958 gestiftet und unter den PreisträgerInnen befinden sich international bekannte WissenschaftlerInnen ErfinderInnen SchriftstellerInnen VerlegerInnen RedakteurInnen DozentInnen Art DirektorInnen und vor allem bedeutende FotografInnen aus dem In- und Ausland und um die Preisträger des Kulturpreises der deutschen Gesellschaft für Fotografie 2023 zu verkündigen und ihnen den Preis zu verleihen bitte ich nun die Vorsitzenden unter einem frenetischen Applaus auf die Bühne Applaus Ich fange jetzt einfach mal an was ist der Kulturpreis der Kulturpreis so steht es in der Stiftungsurkunde zeichnet bedeutende Leistungen aus die mit Hilfe der Fotografie erzielt wurden insbesondere auf künstlerischem humanitärem karikativen sozialem technischem erzieherischem oder wissenschaftlichen Gebiet der Preis besteht aus einer Urkunde sowie einer von Professor Ewald Materie gestalteten goldgefassten optischen Linse und wird als höchste Auszeichnung der deutschen Gesellschaft für Fotografie seit 1958 jährlich vergeben In diesem Jahr in diesem Jahr zeichnen wir zwei Persönlichkeiten aus die auf künstlerischem Gebiet und im Bereich der fotografischen Ausbildung herausragendes leisten Beide haben sich fotografierend wie vermittelt um die Kulturtechnik Fotografie ganz unvergleichlich verdient gemacht und geben ihre hohen Standards an junge Fotografinnen und Fotografen weiter Zwei herausragende deutsche Fotografen die zur DDR derzeit wie heute ihre eigene und unangepasste Sicht auf die Welt unterschiedlichen intensiven Fotoprojekten realisieren Wir gratulieren Ute Mahler und Dana Mahler Applaus Vielen Dank. Applaus Ich bitte um die Urkunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Die mit ihrer Sichtweise und Haltung sowie durch die Agentur Ostkreuz und die Ostkreuzschule publizistische Öffentlichkeit und Fotografiebegeisterte gleichermaßen beeindrucken. 28. Oktober 2023. Herzlichen Glückwunsch. Applaus 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 Ich setze das gleich auf. Ich weiß jetzt nicht, wer anfängt, aber das ist wahnsinnig aufregend. Und vielen Dank. Das ist eine große Ehre. Danke. Wir haben gedacht, statt einer Laudatio machen wir ein Gespräch mit den beiden Preisträgern, damit sie einfach selbst zu Wort kommen. Das ist immer, finde ich, am schönsten. Ich wollte ein paar Worte vorneweg sagen, damit wir ein bisschen Kontext noch haben. Schon in der DDR haben beide, wie Sie mir erzählt haben, neben Auftragsarbeiten auch eigene Projekte realisiert, was ich sehr bewundere, waren freiberuflich tätig und im Verband bildender Künstler. Ute Mahler wurde, wissen wahrscheinlich alle hier im Raum, bekannt durch ihre Modefotografie für das Magazin Sibylle. Und die Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihrer Serie Zusammenleben erzählen mild und doch ungeschönt, wie es hieß, vom Leben zu DDR-Zeiten. Werner Mahler realisierte Auftragsarbeiten im Bereich Stillleben und Landschaftsfotografie. Frei fotografierte er zum Beispiel Rockfans, beeindruckend seine Diplomarbeit von 1977, für die er ein Jahr lang das Leben im thüringischen Berghaf mit der Kamera erforschte. Dann fiel die Mauer und existenzielle Fragen stellten sich, mehr als vorher. Eine, wie man heute sagen würde, nachhaltige Antwort war die Gründung einer Fotografenagentur. Und vielleicht mögen Sie erzählen, wie es zu dieser Gründung kam. Sollen wir Ihnen was abnehmen? Ja, vielleicht dieses. Das wäre ganz schön. Sieht sehr edel aus mit dem Rot, aber es behindert jetzt ein bisschen. Kriegen Sie gleich wieder. Ja, wie kam es zu dieser Gründung von der Agentur Ostkreuz? Ich versuche es ganz kurz zu machen, weil es ist noch eine etwas längere Geschichte. Sie sind der Kulturpreisträger, Sie dürfen noch länger. Aber es wurde schon ein paar Mal auf die Uhr geguckt. Na, jetzt mal ganz entspannt. Ganz entspannt. Es gab ja eine sehr breite Gruppe von DDR-Fotografen, die sich zu DDR-Zeiten auch immer wieder getroffen haben, in verschiedenen Versammlungen und bei gemeinsamen Ausstellungen. Und als die Wende kam, war uns klar, dass davon wahrscheinlich was verloren geht. Und dass alles ganz anders wird. Und da war einer der Hauptgründe, warum wir uns zusammengetan haben, war, wieder diese Gemeinschaft zu behalten. Zumindest in einer kleinen Gruppe. Und es zog sich dann über ein Jahr hin. Und wann war es? Im Januar, Januar 90. Also die Mauer war gefallen. Und wir hatten sehr viele Vorgespräche mit Kollegen und Kolleginnen. Und im Januar 2000, ich bin so aufgeregt oben. Ja, alles gut. 1990 gab es eine Einladung von dem französischen Kulturminister an 200 DDR-Künstler aus den verschiedensten Bereichen. Von Rockmusik bis über Performance, Fotografie, Malerei. Also ich könnte jetzt alles aufzählen. Es waren jedenfalls 200 Künstler. Kuratiert von Christoph Tannert. Und wir waren in Paris. Und nach diesen vielen Vorsprächen, wie geht es weiter und was machen wir, haben wir in Paris, dann am dritten Tag, am vierten oder fünften Tag, ich weiß es nicht mehr, war eine aufregende Zeit, im Café gesessen und haben gesagt, jetzt stimmt, stimmt. Und dann Werner Mahler. Sie können ruhig bei uns bleiben, weil wir sind im Grunde genommen, was soll nach Ihnen noch kommen? Wir sind ja im Grunde genommen auch zu Ende. Aber ja, was zu trinken kriegen Sie sofort. Ich muss bloß noch kurz hier die Leute rausschmeißen, wir sind gleich durch. Aber ich finde eigentlich, es ist nicht Oscar, sondern Grammy, denn hier sind eigentlich die Rolling Stones der Fotografie auf der Bühne. You start me up. Meine Damen und Herren, das war Sie, die Fotogala 2023 der Gesellschaft für Fotografie. Und unser herziger Glückwunsch an alle PreisträgerInnen heute Abend. Vielen Dank für Ihre Hingabe, für die, die die PreisträgerInnen ausgesucht haben. Und ich bitte natürlich noch einmal alle Gewinner hier auf die Bühne, wenn Sie jetzt nicht gewonnen haben dieses Jahr, dann setzen Sie doch alle Hoffnung auf nächstes Jahr, weil Sie denken, Sie sollten einen Preis bekommen, vielleicht übernächstes Jahr oder so. Ansonsten alle, die heute gewonnen haben, bitte auf die Bühne für ein großes Gruppenfoto. Vielen Dank an die Kuratoren und natürlich auch an den Vorstand. Das war's von unserer Seite. Das ist Charlie Casanova. Vielen Dank für die musikalische Begleitung. Einen schönen Abend noch. Es gibt ein Get-U-Ether und jetzt gibt's Zutry. Applaus Du könntest das jetzt so machen wie bei Robby hier. Ja. Vielleicht. Ich könnte das jetzt so machen wie bei Robby hier. Ja. Musik Es gibt zu trinken! Es gibt ein Get-Together unten, da können alle noch trinken und mit den PreisträgerInnen feilen! Musik 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 Musik